Hüter, ich brauche deine Hilfe. Temporalkopien der Kabal-Invasionsmacht sind im Immerforst aufgetaucht. Ein unglücklicher Systemfehler. Kann ich darauf zählen, dass du sie eliminieren wirst? Weil du so gut gefragt hast. Ja. Ich hab ihm an diesem Fall gebracht. Ich hab ihm an. 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 Ja.. ich hab ihm an. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.